Remember, we're a team. Whatever happens, we stick together. Don't worry, I may not be as big as you, but I can still hold my hand. Die sammeln ja schon alles von alleine ein. Na gut. So sind die Frauen halt. Was auch immer ist, es sieht tot aus. Moment mal, wir haben doch jetzt eine Waffe, oder nicht? Dreckiger Vogel. Dreckiger. Ich guck mal eben, wie das mit dem Schießen ist. Ja, es scheint so zu funktionieren. Aber die Fieger droppen nix. Schade. Wood Furniture. Hier gibt's Holzmöbel. Die ganze Butze ist ein Holzmöbel. Was ist das? Es hat keinen Kopf mehr. Ih, das sah mal aus wie ein Hund. Das ist ja widerwärtig. Untersuchen. Der Körper ist noch warm. Was ist hier bloß passiert? Was hier passiert ist? Guck da mal hin, da weißt du, was hier passiert ist. Hier habe ich eben was drinnen laufen gesehen. Wir haben sie in einem Altar gebaut aus Totenköpfen. Für diese Gegend trotzdem nix besonderes. Das ist ja... Da liegt ein Tierkadaver auf dem Tisch. Ist der vielleicht für eine Zeremonie? Ja, was auch immer das für eine Zeremonie ist. Ich möchte damit nix zu tun haben. Naja, zumindest war's diesmal ne Ziege. Ein Zettel liegt hier. Ist das ein Zettel? Dokument lesen. Okay. Was? Die Schrift ist krackelig. Ja und? Also... Die Schrift eingeweihten werden ihre Strafe erhalten. Sie werden den heiligen Tod sterben. Wir werden sie von den Fesseln der Boshaftigkeit erlösen. Kann man die nicht mitnehmen? Moment mal, kann man das nicht mitnehmen? Nein, anscheinend nicht. Man kann nur zurück oder schließen. Okay. Gut, 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 gut. Also anscheinend sind sie so ein paar Bekloppte. Wobei, bekloppt ist ja relativ freundlich für das, was ich gerade denke. Hm. Gehen wir hier mal weiter. Irgendwas sagt mir, ich sollte nicht unbedingt rennen. Hey, ne Pflanze! Ja, Sheffer! Die Pflanze haben wir jetzt beide, oder? Wo sind eigentlich unsere Objekte? Ach, Sheffer hat schon wieder alles. Alles klar. Hast du schon von alleine gemischt, oder? Warum machst du lauter Sachen, die ich eigentlich gar nicht machen will? Denk immer dran. Ich bin hier der Anführer des Teams. Hör auf zu fliehen! So. Oh. Oh. Oh Gott. Ja, ich weiß wie ich renne. Ich will aber nicht rennen. Muss ich da jetzt rein? Wieso X? Ach so! Ach, um den Bildschirm zu wechseln, muss man X drücken. Hund. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Alles gut, der hat sich die verschluckt. 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 Ja. Er hat sich recht krass verschluckt. Okay. Was? Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Wie bist du drauf? Hey, du, hier. Ist er tot? Ich kann auf ihn zielen. Er ist nicht tot, oder? Oder? Ach, nein, er ist nicht tot. Hier, fress kalten Stahl, du Monster. Okay, jetzt ist er tot. Eieiei. Okay, unser erster Gegner. Es sieht so aus, als wären die Leute hier auch infiziert. Hier, genauso wie in Resident Evil 4. Und hier steht ein Fernseher auf dem Tisch. Kann ich Fernseher gucken? Jetzt mit Sicherheit nicht mehr. Okay. Das hat meine Frage mehr als nur einfach beantwortet. Aber was mich mal interessieren würde, wie kann man hier speichern? Gibt es hier Schreibmaschinen, oder? Wie ist das geregelt? Ich sehe schon, ich hätte mich im Vorfeld mal ein bisschen besser informieren sollen, bevor ich hier Videos hochlade. Beziehungsweise... Ich habe das wieder noch nicht hochgeladen. Nee, egal. Hallo? Nein, ich will die Munition haben. Da, was? Nehmen, Partner nehmen lassen. Nein, ich will die haben. Meine. Verstehst du? Meine. Ich will auch mal was haben. Was ist das? Kata, Kata, Toko, Toko. Ja. Wir sind in Afrika. Hier ging es anscheinend nur um die Munition, oder? Ansonsten ist hier nix. Können wir durch Fenster springen? Ja, das können wir. Das ist geil. Sollten wir das? Keine Ahnung. Im Zweifelsfall... Ist das keine schlechte Idee. Wir sollten weitergehen. Sie werden uns finden? Wer ist sie? Was? Wer ist sie? Wovon redest du? Wo müssen wir eigentlich lang? Von hier kommen wir, oder? Ne, hier geht es nicht weiter. Noch besser. Okay, verziehen wir uns. Oh je. Oh je. Oh je. Ach, du heilige Grütze. Ja, das sehe ich genauso. Welches Haus? Ja. Rette mich. Verdammt. Wie sage ich eigentlich nach? So, okay. Ja, ich auch. Was? Oh shit. Wie fuck. Oh, frisst das? Oh, Monster. Moment mal, kann man die überhaupt töten? Geht das überhaupt? Alter. Das ist doch viel zu viel, oder nicht? Oh Gott, weg hier. Haken? Nein, was Haken? Nix Haken. Okay. Meins. Keine Ahnung. Nehmen wir das. Erstmal mitnehmen. Super. Okay. Ich habe das doofe Gefühl, dass wir hier nicht ewig drin sein können. Und Ammo habe ich auch keine mehr. Dankeschön. Eine Granate war das? Geil. Ja, also anscheinend ist ganz Afrika hinter uns her. Irgendwie war das zu erwarten, oder? Ist das eine Axt? Das sieht auf jeden Fall spektakulär aus. Gehen wir mal hier lang. Untersuchen. Zu zweit könnte man in die Tür eintreten. Okay. Los, hilf mir. Sehr schön. Gott, was ist das für eine Axt? Wieso doppelt so groß wie ich? Eine riesige Axt. Ich glaube nicht, dass sie zum Fan von Bäumen benutzt wird. Nein, das glaube ich allerdings auch nicht. Was ist das hier? Ist es das, was ich glaube? Was geht hier vor? Ja. Geh mal vor die Tür. Dann weißt du, was hier vorgeht. Das hatten wir schon. Was gibt es hier? Oh, Fässer. Lass die Fässer in Ruhe. Meine Fässer. Meine Fässer. Geld. Sehr schön. Nur wo wird eigentlich unser Geld angezeigt? Hier nicht. Hier auch nicht. Wo wird unser Geld angezeigt? Rotes Kraut. Können wir das eigentlich auch... Können wir Sachen von hier anfragen? Genau. Ah, merci. Okay. Wir können uns also Sachen hin und her geben. Dann ist es letztendlich egal, wer was sammelt. Das ist schön. Okay. Nachladen. Und jetzt mal schauen, wie wir hier wieder rauskommen. Oder besser, wie wir hier lebend wieder rauskommen. Was ist hier unten? Und das sieht ja toll aus. Und überall liegt hier Gedärmsel rum. Na toll. Runter. Hm. Hier sind wir anscheinend in der afrikanischen Kanadisation. Ich würde sagen, unsere Situation hat sich nicht allzu viel verbessert. Äh. Okay. Ich glaube, sie hat sich überhaupt gar nicht verbessert. Kann man Ratten erschießen? Ja, aber ich mag Ratten. Ich erschieße Ratten nicht. Auf den kann man aber schießen. Das gefällt mir so überhaupt gar nicht. Steht der auf? Steht der auf? Steht der? Oh, da hängt ja noch einer. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Warum kann ich auf die schießen? Wahrscheinlich sollte ich nicht so viele Fragen stellen. Ich sollte es aber hinnehmen und weiterlaufen. Gehen wir weiter. Ein Kraut. Und Munition. Yeah. Ach, Shevard. Die kannst du mal nehmen. Take it. Roger. Ha, sie hört auf mich. Hehehe. Aus dir mache ich auch noch eine, Ashley, du. Das sage ich dir. Gut. Ich kann aber nur zehn Kugeln, also zehn im Magazin haben. Mehr nicht. Vielleicht kann ich ja später noch ändern. Beim Zigeunerpenner. Äh. Ich meine, beim Händler meine ich. Ja, für die, die sich jetzt wundern. In Resident Evil 4 war es der Zigeunerpenner. Wer es hier ist, ich weiß es noch nicht. Das wird sich noch herausstellen. Nur, ich frage mich immer noch, wie ich hier speichern kann. 1968. Spencer gründete gemeinsam mit Markus. Ne, unmöglich. Das ist zu schnell weg. Ach, speichern. Jetzt hat es gespeichert. Okay. Ja, Leute. Ich würde an dieser Stelle sagen, ich gucke einfach mal, wie meine Aufnahme jetzt aufgenommen hat. Ja, wie meine Aufnahme aufgenommen hat. Hä, tolles Deutsch. Hä, hä. Und, äh, wird eine kleine Pause machen. Und wenn alles so gut aufgenommen hat, dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis dann, Leute. Da wären wir wieder. Und zwar, äh, sind wir im Gebiet. Die öffentliche Versammlung. Und ja, ich habe mittlerweile auch mitbekommen, dass, äh, ihr meinen Mauscursor gar nicht sehen könnt. Das bedeutet, ich kann meinen Mauscursor sehen und ihr nicht. Was eigentlich total belanglos ist. Trotzdem mal gesagt werden musste. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Und starten unser Spiel. Genau. Und darauf wollte ich hinaus. Deswegen habe ich ein bisschen früher gestartet. Wir können, immer wenn wir ein Spiel laden anscheinend, können wir Dinge kaufen. Zumindest sieht das so aus. Ich habe jetzt das zweite Mal geladen. Also einmal testweise. Und, äh, jetzt halt zum Aufnehmen. Und jetzt beide Male ist der Shop aufgetaucht. Sprich, wir können anscheinend, bevor wir weiterspielen, etwas kaufen. So gesehen ist der Zigeunerpenner immer mit uns. Er ist immer bei uns und bietet uns, sobald es möglich ist, neue Sachen an. Dann mal schauen. Was können wir hier denn machen? Das ist unser Inventar, oder? Ach nee, das ist unser Inventar. Und kaufen können wir... Ist das hier Munition? Oder ist das eine ganze Waffe? Äh, ich klicke einfach mal auf Kaufen. Ah, okay, ähm, wir können eine M92F kaufen. Haben wir die nicht ohnehin schon, oder was ist das hier? Das ist... Was ist das? Ich kapiere das gerade nicht. Ach, und hier oben ist unser Geld. Okay, wir haben... Zurzeit haben wir 700... Äh... Durchgestrichene N. Ja, durchgestrichene N. Was ist das? Wahrscheinlich weder Euro, noch Dollar, noch Pfund. Äh... Bleiben wir einfach mal bei durchgestrichene N. Also wir haben 700 durchgestrichene N. Und können hier Waffen kaufen. Für 2000 und für 1000. Ne, für 1000 können wir erste Hilfespray kaufen. Und für 2000... Die M92F. P. Okay. Möchte ich aber nicht haben. Erste Hilfespray brauche ich auch noch nicht. Können wir denn was verkaufen? Wie komme ich hier wieder raus? Verwalten. Was ist das? Was ist das? Was? Information. Nein. T. Was? Äh... Ach so. Ach, ach. Oh, oh, ach. Das sind Sachen, die wir in unserem Inventar haben. Aber... Ich dachte, das sind wir unser Inventar. Ich werde mich damit noch ein bisschen auseinandersetzen. Details? Was für Details? Was? Verbesser? Ach, verbessern geht auch? Verbessern. Die Feuerkraft. Können wir die verbessern? Momentan können sie dieses Objekt nicht verbessern. Alles klar. Das beantwortet meine Frage in voller Gänze. Okay. Ich werde mich noch mal ein bisschen hier mit diesem Manager auseinandersetzen. Mit diesem virtuellen Zigeunerpenner. Und dann werde ich mal schauen, was ich machen kann. Zur Zeit kaufen wir uns einfach mal nichts. Ich will jetzt auch nicht die ganze Spielzeit, also die ganze Aufnahmezeit für diesen Ramsch hier drauf gehen lassen. Ich werde mich informieren und dann geht es weiter. Also erstmal zurück. Ich möchte nichts kaufen, sondern... Äh... Raus. Fertig. Ja. Dankeschön. Gut. Weiter geht es. Ich habe jetzt, äh... Ja, meine erste Aufnahme auch schon hochgeladen. Und, äh... Ich weiß nicht, aber irgendwie mein Programm mag anscheinend Resident Evil 5 nicht. Also das... Mit dem Rendern habe ich doch einige Probleme gehabt. Ich muss mal gucken, woran das nochmal genau liegt. Vielleicht, da dieses Projekt auf, ähm... 1080 läuft. Keine Ahnung. Weil Captasia mault gerne mal, wenn ich irgendwas auf 1080 rendern will. Naja. Da muss ich nochmal nachschauen. Und ansonsten, was habe ich gehört? Ach ja, genau. Mir wurde gesagt, von der lieben X-Rack wurde mir direkt mal gesagt, dass ich die ersten zwei Notizen schon vergessen habe. Das ist super. Es waren allerdings keine wichtigen Notizen. Ich habe sie mir im Nachhinein nochmal durchgelesen. Es war nur die Steuerung. Wie die Steuerung genau funktioniert. Und wenn einer von uns beiden tot ist... Ach verdammt, ich habe die Steuerung immer noch nicht umgestellt. Egal. Wenn einer von uns beiden tot ist... Sprich, wenn Shever tot ist oder dabei ist zu sterben, können wir sie heilen? Nur wenn wir dabei sind zu sterben, dann ist so ein bisschen doof. Ne, das möchte ich haben. Ich muss unbedingt daran denken, dass ich das nochmal umstelle. Äh... Vielleicht aber nicht genau... Oh, Sequenz. Was machen die da? Oh, fuck you. Oh, ja, ja. Merde. Oh, fuck it. Oh, shit. Bitte, lass die Sequenz weitergehen. Oh, fuck it. Kann man das Ding schieben? Schieben kann man ja. Ah. Okay, weiter. Äh, warum ist die Tür offen? Moment, Moment, Moment. Den schieben wir auch nochmal davor. Oh, Papa. Oh Gott. Okay, 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 okay. Munition, Munition, Munition. Das sieht gerade nicht so gut aus. Das ist also der Anführer dieser Idioten oder was? Kann ich mir Lohn mitnehmen? Nein, kann ich nicht. Yeah. Aber ist es sinnvoll, die zu töten oder nicht? Ich weiß es nicht. Ja, Schäfer macht es also wahrscheinlich schon. Oh, hier ein Fass. Yeah. Was ist da drinne? Gold. Ja, ganz egal. Und mit... Oh, Gott.